Namaste Herzlich Willkommen zu einem neuen Reaction Video. Heute gucken wir uns keine Musik an, sondern so ein Fakt Videos über Indien. The world without India, what would that look like? Sorry for my bad English. He is laughing. Wir gucken Bollywood seit 2006 an, seitdem Gabi Kushi erschienen ist in Deutschland. Seitdem kennen wir Bollywood. Und durch viele Filme haben wir auch deren Kultur so gesehen. Deswegen finde ich es sehr interessant mal dieses Video anzusehen. Mal gucken, was ist für Fakten. Vielleicht kennen wir einige Fakten, nicht? So, fangen wir an. Ja, das wird sehr interessant werden. Ja, glaube ich auch. Mal gucken. Drei, zwei, eins. Have you ever thought about what the industrial revolution, Pokemon and the Kardashians have in common? Without them, our world would be a much different place. Have you ever thought about how the world would look without India? From breathtaking landscapes to rich culture. Oh, das ist wirklich dick. Ich will da hin. Hey, müssen wir nach Urlauben. Auf jeden Fall. Hey, müssen wir nach Urlauben. Auf jeden Fall. Mit über 1.3 Billion. India macht 17% der Weltpopulation. Das ist gar nicht so viele. Das ist gar nicht so viele. Aber die Population von Burana, die Hindi nennen für India, ist nicht nur Wasser, sondern auch extrem divers. Oh, das ist gar nicht so viel. Oh, das ist gar nicht so viel. Oh, das ist gar nicht so viel. Oh, das ist gut. Oh, das ist gut. Oh mein Gott, das ist heiß. Das ist gut. Ja, das ist gut. Wow. Wow. Wauw 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 I M D fertilizing laser essentially do Es gibt viele Regionen. Was ist Jainismus? Die 2.0 oder 6.0 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 oder 6.0. Das ist interessant. Interessant. Was ist aber mit Pakistan und Indien, die haben einen Konflikt? Das ist ein Konflikt. Es ist ein Konflikt. Das ist ein Konflikt. Das ist ein Konflikt. Oh, das ist ein Konflikt. Oh, das sieht so gut aus. Was ist das? Das ist ein Konflikt. Das ist ein Konflikt. Oh, das ist ein Konflikt. Also, wenn du in die Karte bist, kannst du auch ein Konflikt zu Indien dedzen. Wie können wir darüber reden, was wirklich fehlt. Entertainment. Without Freddie Mercury und Ben Kingsley, das Welt der Entertainment wäre nicht anders. Queen's Lead Vocalist ist in Parsee, mit dem Namen Farouk Pulsara. Der bekannteste, Ostern-Winne-Holliwo-Star, Ben Kingsley, wurde als Krishnapatit Banji. Was ist das? Was ist das gar nicht zu schocken? Das ist gerade der Werbung. Es hat uns gefreut, das jetzt anzugucken. Indien ist ein schönes Land, also gehört auch ein zu meinen Reisezielen. Ja, also Wunschreiseziel ist schon an der höheren Liga. Ich möchte einmal nach Korea, Japan und Indien mal. Und ja, ich hoffe, ich komme mal nach Indien und kann dann diese wunderschöne Kultur mit ansehen. Genau. Kultur des Essens, das ist nicht klippindisches Essen. Lecker, lecker, lecker. Ja gut, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben. Abonnieren. Teilen. Genau. Und kommentiert gerne, wie ihr das Video fandet. Ja. Dann sagen wir Namaste. Tschüss. Bye, bye.